Willkommen in der Altenpension Logehof in Mulsum. Neben einfühlsamer Betreuung bieten wir pflegebedürftigen Menschen bei uns das Gefühl von Geborgenheit. Seit 2006 kümmert sich ein festes Team um Demenzkranke und Bewohner mit herausforderndem Verhalten in einer speziellen Hausgemeinschaft für elf Personen. Wir bieten natürlich auch liebevolle Pflege und Betreuung außerhalb der Wohngemeinschaft an. Unsere abwechslungsreiche Betreuung reicht von speziellen Gymnastikangeboten, Gedächtnistraining, Handarbeit, Handwerks- und Kunstgruppen über Singtreffs bis hin zur beliebten Wassergymnastik. Besonderes Highlight sind die attraktiven Ausflüge in die nähere und weitere Region. Selbstverständlich bieten wir unseren Bewohnern auf Wunsch auch regelmäßige Fahrten in die Kirche an. Die Gartenarbeit in unserer gepflegten Gartenanlage und dem Gemüsegarten ist ebenfalls eine gefragte Freizeitbeschäftigung, ebenso wie das gemeinsame Zubereiten des Essens. Senioren aus der Umgebung haben die Möglichkeit, sich bei uns abwechslungsreiches Essen auf Rädern zu bestellen. Der Speiseplan entspricht ganz den Angeboten der jeweiligen Jahreszeit. Hier bei uns wird noch ein Stück zu Hause gelebt. Wir freuen uns auf Sie!